Gold Jojo. Sieht das nicht? Leute, guck mal, das leuchtet sogar noch richtig. Sieht das nicht cool aus? Dieses Gold Jojo, Leute, das bin einfach ich in Gold und ich leuchte. Und jetzt haben wir Donald Trump und das Weiße Haus als Pets. Donald Trump in Shiny. So, bam und boom, eine Million Gems. Oh mein Gott, das ist einfach Spongebob. Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir wieder den Bombenplatzen-Simulator. Und ja, Leute, wir werden heute ein paar Bombenplätze lassen und mein eigenes Pet in Gold machen. Und zwar habe ich den Owner in der letzten Folge gefragt, ob er mir ein paar Shiny Pets geben kann. Ihr gebt mir weiter Pets, Leute. Er ist komplett am Ausrasten, Leute. Er ist komplett am Ausrasten. Guckt an, wie viele Jojos wir haben. Beziehungsweise ganz viele von meinen Pets. Und das hat er gemacht. Ich habe dann welche verlost. Dann habe ich den Owner nochmal gefragt, ob er mir nochmal ein paar Pets geben kann. Und wir haben in der letzten Folge auch mehrere von den riesen Event-Nukes zerstört. Und zwar vier Stück. Und ja, so eine Nuke zu spawnen ist schon ziemlich schwierig. Man muss nämlich zehn von diesen Präsident-Acts öffnen. Die sind übrigens auch neu. Die schauen wir uns gleich an. Dann 600 von denen hier. Und man muss 15.000 Bomben platzen lassen. Und dann spawnt eine riesen Nuke. Und die spawnt dann unter anderem diese Pets hier. Oder auch richtig OP-Heads. Wie zum Beispiel, äh, wo haben wir hier sowas? Mit 600.000, Leute. Hey, wir hatten noch irgendwas bekommen. Das hier, Leute. Und ja, das hat der Owner viermal gespawnt. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne nach dem Video hier oben rechts bei mir abchecken. Und ja, wir schauen uns heute das Präsident-Eck an und werden mein eigenes Pad, Leute. Ich hab ja hier mein eigenes Pad. Davon hab ich jetzt hier einige in Shiny. Werden wir in Gold machen, Leute. Wir werden das in Gold machen. Da bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt drauf. Davor werden wir jetzt hier aber erstmal ein paar von diesen Präsidenten-Acts öffnen. Wir haben hier 11 Millionen Raketen, Leute. Das reicht auf jeden Fall aus. Gehen wir davor aber nochmal zur Event-Quest. Okay, Leute. Das hier können wir jetzt claimen. Was ist das hier? Äh, Destroy 430 Bombs. Okay. Also hier sind auf jeden Fall coole Quests. Kann man auf jeden Fall mal machen. Brauch ich jetzt aber nicht. Hier gibt's sogar auch ein Leaderboard. Und, oh, hier kommen Preise. Kommen ich soon, Leute. Hier kommen Preise soon. Äh, sehr interessant. Interessant. Auf jeden Fall werden wir jetzt von diesen Präsidenten-Acts-Welt eröffnen und schauen uns die ganzen Dinge mal an. Wir haben hier gerade diese Pets hier equippt. Wir haben sogar einen fünffachen Firework-Multiplikator. Übrigens, danke, dass du eingestellt hast. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das doch gerade gerne mal. Ich gebe dir gerade 5 Sekunden Zeit, dass du den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und dir wieder einen Daumen nach oben gibst, Leute. Bei 1200 Likes mache ich was Cooles. Dann werde ich mir noch überlegen, was. Aber ja, Leute, lasst mal ein Like da. Und, Leute, ein Sohn-Eck kostet einfach 100.000. Das ist echt viel. Öffnen wir jetzt mal. Leute, die sehen auch schon ziemlich cool aus, diese Ecks hier. Bam. Ultra, Leute. Die Ecks sehen ziemlich cool aus. Wer haben wir denn hier, Leute? Okay, die sind jetzt gerade alle falsch rum. Ich kenne gar nicht so viele amerikanische Präsidenten. Hier, den hier kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ich kenne nur, das ist, Leute, das da ist Trump. Das ist Obama. Das ist JF Kennedy. Und den Rest kenne ich gar nicht, Leute. Kennt ihr die ganzen Präsidenten von Amerika? Kennt ihr die? Ich nämlich nicht. Leute, wir haben den Exotic bekommen. Wir haben Washington bekommen. Doch Washington kenne ich tatsächlich auch noch vom Namen her. Habe ich aber noch nie gesehen. Schreibt mir in die Kommentare, kennt ihr die ganzen Präsidenten von Amerika? Hier, Leute. Wir können ihn ja mal equipen, aber der ist ziemlich schlecht. Also, ihr habt Headboost und Walkspeed. Auf jeden Fall laufen wir jetzt definitiv schneller. Aber wirklich brauchen tue ich ihn nicht. Ich hätte eigentlich gerne Trump. Ich würde gerne Trump haben. Leute, komm. Das Eck muss mir noch Trump geben. Ist mein Inventar voll? Okay, mein Inventar ist voll, Leute. Wir müssen hier auf jeden Fall irgendwelche Pads löschen. Leute, dann haben wir das Weiße Haus und dann haben wir Trump. Ja, Leute, wir werden auf jeden Fall gleich... Löschen wir jetzt mal diesen Shiny Dino hier. Und den hier löschen wir auch. Bam. Und jetzt haben wir noch mal ein bisschen Platz, Leute. Komm schon, gib mir Trump. Dann haben wir Trump und das Weiße Haus. Nein, ich will nicht, Lynn Cullen. Ich will Donald Trump haben, Leute. So, hier nochmal. Vielleicht jetzt. Leute, Obama. Wir haben einfach Barack Obama gezogen. Aber Obama will ich auch nicht haben. Ich will gerne Trump haben. So. Equippen wir nochmal hier das Ding. Und equippen wir mal Donald Trump. Ne, Donald Trump haben wir noch gar nicht. Ich meine, Obama. So, Leute. Jetzt haben wir hier Washington und Obama. Warum denn auch nicht? Und jetzt öffnen wir weiter. Und Leute, es hat geklingelt. Eine Sekunde. Okay, Leute. Da bin ich nach 20 Minuten auch mal wieder da. Öffnen wir jetzt hier weiter die Donald Trump Eggs. Ne, nicht die Donald Trump Eggs. Das sind die Präsidenten Eggs. Aber man kann Donald Trump da rausbekommen. So. Oh, wir haben ihn bekommen, Leute. Wir haben Trump bekommen. Wir haben Trump bekommen. So. Unequippen wir mal Washington. Unequippen wir mal Trump. Leute. Und jetzt haben wir hier Trump und Obama. Und jetzt können wir Obama weg machen. Und können einfach das Weiße Haus equipen. Leute. Obama weg. Das Weiße Haus. Und jetzt haben wir Donald Trump und das Weiße Haus als Pets. Ja gut. Okay. Jetzt, Leute, werden wir unsere eigenes Pets. Nicht unsere eigene Pets, sondern unser eigenes Pet hier. Das Jojo Pet, wenn ihr das haben wollt. Übrigens hier auf Settings, dann auf Codes. Und dann hier einfach Jojo eingeben. Bam. Und dann habt ihr das Pet. Und ja. So. Wir werden jetzt hier die Kisten noch einsammeln. Oh. Sie ist schon aufgeploppt. Okay. Warum nicht, Leute? Und da kam gerade ein bisschen viel raus, würde ich behaupten. Ähm. Naja. Was soll's. Okay, Leute. Werden wir jetzt zur Golden Roam gehen. Und jetzt die Pets hier unequippen. Leute. Trump unequippen. Das Weiße Haus auch unequippen. Und jetzt, Leute. Gehen wir hier hin. Pet Crafting. Zack. Shiny Jojo Craft. Boom. Warte. Wir können ja erstmal... Wir können ja erstmal... Bevor wir das machen, können wir jetzt normales Jojo und Shiny Jojo equippen. Ihr seht, das ist doppelt so gut. Das Shiny. Und hier sieht man auch einen leichten Unterschied. Das Shiny-Ding leuchtet so. Ihr seht, das ist das Normale. Das ist das Shiny. Man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Das leuchtet so ein bisschen. Und die Haare sind auch so... Komplett schwarz. Und hier sind so noch so Konturen drin. Ihr seht das so Struktur. Hier nicht mehr. Das leuchtet so. Das Shiny sieht meiner Meinung nach sogar cool aus. Und jetzt, Leute. Werden wir das Pet in Gold machen. Ich bin mal gespannt, wie gut das Ding wird. Okay, Leute. Wir brauchen dafür Shiny Jojo. Bam. Zehn Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also jetzt... Wir haben ja eins davor schon equippt. Und jetzt, Leute. Können wir Shiny Jojo YouTuber in Gold machen. Und hier sind die Sets, Leute. 2.8 Workspeed. 4 Headbooster, das ist kompletter Müll. Aber normalerweise kriegt man davon ja keine Chinese und kein Gold, sondern eigentlich nur das Normale. Ist ja auch für den Anfang gut. Und ein Call-Multiplikator von 1.155. Machen wir Gold für eine Billion Gems. In 3, 2, 1. Bam. Leute, wir haben jetzt einfach hier Gold Jojo. Und das sieht schon cool aus. Bam. Equippen wir das Ding? Kennen wir nicht. Wir müssen davor das normale Jojo anequippen. Boom. Gold Jojo. Und sieht das nicht... Leute, guck mal, das leuchtet sogar noch richtig. Sieht das nicht cool aus? Dieses Gold Jojo, Leute. Das bin einfach ich in Gold und ich leuchte. Das sieht ja richtig nice aus. So. Wir haben jetzt so einen krassen Dominus, Leute. Und da ist einfach Gold Jojo. Das ist richtig cool. Wie viele Jojos haben wir jetzt so übrig, Leute? Wir haben jetzt so ein Shiny Jojo. Ne, zwei. Und noch normale Jojos, Leute. Die normalen Jojos kann ich einfach mal in den Kommentaren an euch verlosen. Also, falls ihr so einen Jojo gewinnen wollt, könnt ihr gerne einen netten Kommentar mit eurem Roblox-Namen schreiben. Den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und dem Video einen Daumen nach oben geben. Das könnt ihr ja sowieso tun. Würde mich sehr unterstützen und freuen. Dankeschön an der Stelle. Und ja, was machen wir jetzt, Leute? Was machen wir jetzt? Das Video würde jetzt viel zu kurz gehen, wenn ich das Video jetzt schon beenden würde. Das heißt, ein bisschen was müssen wir noch tun. Tatsächlich, weil ich mache ungern 6-Minuten-Videos. Wir können ja einfach nochmal in die Zone gehen. Und also in die 4. Of July Zone. Und hier gibt es natürlich auch noch ein Robux-Act. Das mit der Krone da oben. Und ja, Leute. Das Pads hier sieht cool aus. Das sieht einfach nice aus. Hier sieht man so Jojo-YouTuber in Gold. Und es leuchtet so cool. Ich habe sonst noch nie ein Gold-Pad gehabt. Und es hat tatsächlich sogar einen Coin-Boost, Leute. Aber unequippen wir den. Unequippen wir den. Equippen wir jetzt hier nochmal unsere Limited-Pads hier. Bam. So, zack. Und jetzt haben wir hier nochmal einen Raketen-Boost. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall deutlich mehr Raketen als normalerweise. Und somit können wir noch easy sparen, Leute. Wir haben jetzt hier schon fast das hier voll. Wie teuer wäre das? Um das voll zu machen. 300 Robux, Leute. Und das hier würde teuer, wie teuer. Auch 300. Und das da auch 300. Naja, mache ich das auf jeden Fall an der Stelle nicht. Aber wir können das auf jeden Fall noch voll machen, Leute. Der Event-Shop ist auch da, merke ich gerade. Den können wir uns jetzt auch nochmal angucken. Und so, Leute. Was gibt es hier? Okay, hier gibt es auf jeden Fall Golden Infinity Beast für 100 Millionen. Dann gibt es das hier für 25 Millionen. Unkill-Dog, Leute. Vielleicht kann ich mal Isaiah fragen, ob er mir hier nicht Rainbows, sondern die Raketen gibt. Oder ich farm sie selber, Leute. Es dauert halt ziemlich lange auf 100 Millionen. Ihr seht, Leute. Ich spare hier die ganze Zeit. Ich schlag hier mit dem Infinity Handschuh. Aber hier geht es einfach nicht höher. Also, es passiert nichts. Es geht hier nicht höher. Es geht einfach nicht höher. Das würde ja Jahrzehnte dauern, bis ich 100 Millionen habe. Da muss auf jeden Fall noch irgendwas anderes kommen, was es leichter macht, Raketen zu bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt auch noch reinkommen. Und, oh, Leute. Es ist einmal nach oben gegangen. Okay. Naja, 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 Leute. Es gibt ja auch noch diese Event-Quest. Da kriegt man auch nochmal ordentlich Raketen raus. Schauen wir mal, was müssen wir denn hier für die Event-Quest? Was müssen wir tun, Leute, um die Event-Quest zu bestehen? Destroy. Okay, wir müssen 430 Feuerwerke zerstören. Das müsste eigentlich easy peasy gehen. Dauert halt nur etwas. Machen wir das Ganze mal. Aber davor gehen wir jetzt nochmal zu den Roblox-Ex. Außerdem, Leute, was ich noch sagen wollte. Ihr könnt gerne meine Roblox-Gruppe joinen. Komplett kostenlos. Link in der Videobeschreibung. Und meinem Discord-Server gerne auch. Link in der Videobeschreibung. Beide. Und, ja, falls ihr da noch nicht drin seid, keine kostenlos joinen. Und, ja, Spaß haben. So, okay, auf jeden Fall gibt es noch ein Roblox-Eck für 400 Roblox. Hier kommen die Dinger raus. Und, ähm... Ja, die sehen alle fast gleich aus. Das ist das Normale. Das sind zwei davon nebeneinander. Das ist eins, das da drüber ist so ein kleines. Das ist das da mit einer Krone und ohne diese Flügel. Ne, das ist keine... Also das ist so eine andere Krone. Das hier ist so eine richtige Krone, wie man eine Krone kennt. Und was ist das? Das hier ist ja das Schlechteste von denen. Okay, das ist das Normale quasi. Das ist das Normale mit der Krone. Normale mit der Queen-Krone. Normales mit dem Normalen drauf. Und das Normale zweimal nebeneinander. Und das Normale mit Flügeln. Okay, naja, ich würde die... ... Nein, da gibt es ja nichts solches. Aber warum sollte es auch, Leute? Äh, naja, öffnen wir jetzt hier nochmal ein paar von diesen Exes. Auf jeden Fall echt. Die Exes sehen cool aus. Da kann man sagen, was man will. So, wir haben jetzt auch mehr Platz im Momentar, weil wir jetzt ja das goldene Jojo-Pet haben. Öffnen wir jetzt hier noch ein paar. Und, Leute, wir haben nochmal Obama rausbekommen. Äh, wen hätte ich denn gerne, Leute? Wen hätte ich denn gerne? Oh, hier ist nochmal Obama. Wir können jetzt... Leute, wir können einfach Shiny Obama machen, glaube ich. Können wir Shiny Obama machen? Ich glaube, wir können Shiny Obama machen. Probieren wir es aus, Leute. Können wir Shiny Obama machen? Bam, 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 bam. Ja, Leute, wir haben jetzt einfach Shiny Obama. Und, Leute, es ist einfach Obama, aber er ist hellhäutig. Habt ihr das schon mal gesehen? Also, das soll jetzt nichts Böses oder sowas sein. Aber, ähm... Also, für mich ist das da nicht mehr Obama. So. Soll jetzt absolut nicht böse oder rassistisch oder sowas sein. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ähm, na gut, er leuchtet jetzt halt. Und, ähm, ja. So, zerstören wir jetzt hier noch diese Nuke. Warum sind wir auf einmal so schnell? Macht dieses Pad mich so schnell? Ist das Pad so krass? Walkspeed 23? 23? Das ist ja richtig OP. Okay, gut, die Dinger hier geben gar keinen Walkspeed. Und, äh, das hier gibt einen neuen. Also, der Shiny Obama gibt auf jeden Fall ziemlich guten Walkspeed. Guckt euch an, wie schnell wir sind. Davon will ich noch einen haben, Leute. Davon will ich noch einen haben. Das mache ich, glaube ich, privat. Da mache ich einfach noch einen Shiny Obama. Jetzt können wir jetzt noch zwei hier schon davon öffnen. So, zwei Stück noch. Wobei, das hier ist schon voll. Äh, wen haben wir jetzt hier? Dann nochmal Trump bekommen, Leute. Shiny Trump hätte ich auch gerne. Shiny Trump hätte ich auch gerne. Ähm, ja, aber den werden wir jetzt wahrscheinlich nicht bekommen. Und wir haben John F. Kennedy bekommen. Dann würde ich sagen, war es das mit der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst du gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir haben Trump bekommen. Leute, komm, wisst ihr was? Ich werde jetzt noch Shiny Trump haben. Ich will Shiny Trump. Wir werden jetzt Shiny Trump noch bekommen, bevor die Folge endet. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute. Wir haben jetzt fünfmal Trump. Das heißt, wir können jetzt Trump auch in Shiny machen. Machen wir das Ganze jetzt mal, Leute. Wir machen jetzt Shiny Trump. Donald Trump in Shiny. So, bam. Und boom, eine Million Gems. Oh mein Gott. Leute, es ist einfach Spongebob. Es ist einfach Spongebob. Oh mein Gott. Leute, was ist das? Das sieht schon irgendwie cute aus. Das sieht schon irgendwie cute aus. Shiny Donald Trump, Leute. Guck mal an, wie schnell wir sind. Wow. Wir sind ja richtig schnell. Wir sind ja richtig schnell. Gut, Leute, dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Leute. Wir sind ja richtig schnell.